so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die kalaschnikow 60 ran von classic ich meine die gab es schon mal sind also nicht unbedingt neu dieses jahr allerdings gab es die in der kategorie f3 und hier in der kategorie f2 also hoffentlich genauso gut 60 gramm verteilt auf vier böller und das leute das sind wirklich dicke aussieht guckt das man ja also das ding hat schon so ein ausmaß von einem geilen großen bengalo und hier sind 60 mini knaller drin anscheinend mit bks so kann auch die einem auf den einzelteilen 15 gramm damals ich hoffe die sind richtig gut ich freue mich auf jeden fall im video waren die richtig richtig laut und deswegen jetzt die kalaschnikow 60 ran von classic ein paar teile wenn die so gut ja klar wenn die so geil wären wie f3 ich raste aus was waren das denn für teile das war ja 100% blitzknallsatz jungen das war kein schwarzpulver freunde und das sind f2 warte ich brauche nochmal den beweis f2 15 gramm die dinge sind absolut heftig ce haben die auch noch am start alter als die zweiten oder extrem krass sind noch ein sind gar nicht laut oder so lieber weiter weg ja ja wirklich das ist schon echt heftig das ist schon echt heftig machen wir noch den letzten kalaschnikow hier echt geil hier vom silvestern fnade haben wir teile leute �ن ja 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 ja